jo leute was geht auch herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal wir sind hier heute an meinem gewächshaus sieht man hier haben wir im letzten video hier schon kombostelle drauf gemacht und das ist jetzt circa drei wochen her und das ist jetzt da drunter das gras sieht man ja hier ist wiese so war das hier auch und es ist jetzt verrottet und das ganze tue ich jetzt umgraben damit es ein schöner boden wird weil der kombost hier hatte ich im letzten video glaube ich auch schon gesagt der ist so einfach zu stark für die pflanzen den muss man einfach noch mit erde mischen genau deshalb durch den jetzt umgraben damit er sich mit dem boden wo ja drunter ist vermischt und dann kommt der die folie drauf und dann haben wir ein gewächshaus so 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 ich bin jetzt fertig mit dem aufbauen vom gewächshaus so sieht es jetzt fertig aus ich habe jetzt mal alle fenster hoch gemacht also ich habe das gewächshaus nicht heute aufgebaut schon sondern am samstag jetzt ist mittwoch genau so sieht das gewächshaus von innen aus da habe ich jetzt auch schon ein bisschen salat eingepflanzt und die fenster habe ich jetzt gerade überall noch offen weil sonst muss man also tagsüber muss man die immer aufmachen weil ich sonst die hitze hier drin sehr staut und genau dann war es das wieder mit dem video wenn euch das ganze gefallen hat lasst auf jeden fall gerne ein like und ein abo da und ein bis zum nächsten video haut rein und ciao